BIO Ach ne ее. Zu spät. Schon tot. Du musst da jetzt durchpacken, wie du nur noch bis morgen. Dann ist es geschafft. Ich freue mich schon so auf den Stream morgen. Keine Ahnung, aber zur Not gucke ich bei den anderen. Und wenn die auf streamen die auf Twitch? Kann ich da ein paar blöde Kommentare in den Chat schreiben? Aber Lukas, was macht das Fenster zu? Ja, ja. Hä? Drei ging ein? Ah, ok. Wir haben die Bombe. Oh! Der letzte Spion. Oh, hinter mir. Bei denen im Spion. Extra noch abgewartet. Ja, ich wollte dich eigentlich finishen, aber dann hast du dich umgedreht. Seitenwechsel. Nee, ich saß im Gang. Sehr gut, Lina. Ja. Die Zielobjekte beschützen. Ach, Mann. Es ist so dumm. Nee, Alter. Du wirst fürs Bewegen bestraft. Ist denn los mit dir, Palvedo? Was? Ich hab' ihn gehört. Ich hab' ihn gehört. Ich hab' ihn gehört. Weil er gerutscht ist. Nee, der andere glaub' ich. Ach, ich wurde von hinten abgeschossen. Äh, äh. Seitenwechsel. Alle Zielobjekte liquidieren. Ladungen erlangt. Nähe. Ha, 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 ha. Ha, ha. Schaltet ihr den letzten Spion aus. Die Bombe ist scharf. knicks ich habe kurz gucken müssen ob das die mine ist das war die bombe ja wer ist da noch wer am start übrigens mal ich gehe aus prinzip nicht mehr bei b lang ja weil ich dich einfach hast du wichser du wichser wer lebt noch hat mich an schau ich glaube es nicht derzeit ist für den arsch ja ja sie sitzt da vorm zug ich weiß nicht irgendwie hat lena die sensi auf 1000 oder so ja habe ich auch echt euch die mal unterstellen das ist korrekt lukas wir haben gewonnen es ist jetzt besser bin ich leise ja jetzt zu leise bisher wir können es ja das zielobjekt zerstören los 1 gegen 1 orientier mich an der decke die hast du gesehen hä ich hab nach oben geguckt hä wo warst du was ist das er sieht meine beine einfach ey die dombe ich guck extra nach oben damit es lustig aussieht und es zeigt es einfach nicht nicht egal egal neue munition total nele varte ich komm jetzt noch mal zu weh ich wollt mich verstecken es hat nicht geklappt Totspielen. Ja, wollte ich... Wollte ich halt echt, ich wollte mich einfach nicht bewegen und er sieht mich trotzdem. Die Zielobjekte verteidigen. Gib mir über zwei Sekunden Vorsprung. Ich will das Lustiges machen. Lass mich doch mal rum-crouchen. Ampe Snake. Das war jetzt geil. Ampe Snake. Wo ist sie? Taddle, das kleine Monster macht wieder irgendwo die Krabbe. Ja. Doch. Das macht Taddle echt. Pass auf, ich geh jetzt noch schnell einkaufen. Und dann komm ich auch gleich, okay? Ah, ich weiß wo sie ist. Bei A im Raum. Da oben in dem Raum. Oder? Mal gucken. Oh. Ja, die ist bestimmt jetzt rausgesprungen. Oh, Mann. Oh. Nicht übermütig werden. Diese Leistung müssen wir noch nahe bringen. Yeah. Seitenwechsel. Die Stolpe wird immer besser. Vielen Dank. Ich wünsch, ich könnte es auch sagen. Das einfach mal bei... Das einfach mal bei mir treffen. Nein, Lukas kommt dazwischen. Nein, Lukas, geh weg. Was macht ihr denn da? Human Centipede. Oh. Ups. Oh mein Gott. Oh. Hol ihn dir, Marius. Schönes Ding. Hm. Was ist gut jetzt? So, auf drei. Auf drei. Wer zuerst trifft, gewinnt. Eins, zwei, drei. Ist jetzt ja voll doof. Oh. Geh weg. Ey. Hast du dir selber bestückt? Wir haben fast keine Zeit mehr. Hast du dir selber bestückt mit den Diamanten? Ist schön. Hm. Guck mal, ich zeig dir auch mal was. Jetzt. Wie gottlos, ey. Ja, das war klar. Scheiße, ich hab gedacht, wir würden hinten liegen, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Na egal. Ey. Ja. Ah, schön. So. Hallo. Mit Lukas bin ich besserer T- Ey, Lukas, warum bist du tot? Ja, damit du jetzt das Adrenalin spürst. Du bist jetzt eins gegen drei, das ist doch dein. Ich wollte es trotzdem sagen. Ach komm. Ach komm. Das ist echt unfair. Ja. Zählen Teamkills eigentlich zum KD dazu? Oder wie ist das? Seitenwechsel. Glaub ich das jemand? Zählen Teamkills zum KD? Also zum Score? Nee, glaub ich nicht. Hm. So, wir lassen das jetzt bitte auch. So, wir lassen das jetzt bitte auch. Lasst es bitte sein. Hä? Ich wollte grad schon sagen, wären sie nur zu zweit, ja? Es wäre total nett, wenn wir noch ein Team bleiben würden. Verwarnung, Palvido. Verwarnung. Rote Karte. Oh. Wie behindert einfach. Hä? Du hast mich getötet? Ja, Palvido ist einfach überhaupt kein Teamplayer mehr. Der hat sich zurückentwickelt. Oh. Oh. Gollum. Nervaar. Ja, jetzt will ich aber auch was sehen. Jetzt muss die anderen beiden aber auch noch holen. Gollum. Ich hoffe, du stirbst. Ich hoffe, du stirbst, Nico. Ich hoffe, Taddle holt dich. Es gibt kein Zurück mehr, schließt die Mission ab. Ladungen platziert. Ihr seid euer Trophysystem zerstört. Feind ist auf einen reduziert. Macht null draus. Wer weiß. Ja, aber echt, ne? Hey, boin, wusstest du das? Ich hab's gehört. Hä? Ja, der lässt. Ja, wenn du auf dem Philo 20 Euro hättest, hättest du das vom eBay irgendwas? Denk halt. Hallo? Das hat 80 Euro gekostet. Ja, das ist trotzdem scheiße. Aber der Muschel ist kaputt. Ja, weil's kaputt ist. Weil's kaputt ist, ja. Ich bin gleich wieder da. Okay. 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 Ich fand das lustig. Ich klipp die Runde. Ich bin gleich wieder. Okay. Okay. Okay.